Armin er geht jeder an die Korn Nein Das war's. Vielen Dank. Landschaft generiert. 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 Palarnainschaft generiert. Ah, das ist zeitgeschwindig. Vielleicht würde mir helfen, wie ich Singleplayer-Command installieren kann. Bei der aktuellen Version steht nämlich immer noch Kami-Team. Ich weiß nämlich, wann ich das eigentlich weggehe, hier mit dem Kami-Team. Weil ich will nämlich immer die automatische Installation ausführen. Weil dann werde ich nämlich zum Namensgenerator ein Tutorial machen. Jetzt bin ich hier erstmal Richtung Tannenwald. Ich könnte hier ein kleines Haus hinmachen. Ein kleines mit zweieinhalb sechs Holz. Also irgendwie macht es so keinen Spaß. Weil irgendwie läuft die ganze Zeit nach vorne. Obwohl ich die Taste weh, die ich gar nicht gedrückt halte. Ich halte sie gar nicht gedrückt. Ich drücke sie mal kurz fest. Und schon läuft sie dann nach vorne weg. Ah! Kann ich das nicht beheben? Weil das nervt mich an mir nicht. Ich muss hier erstmal aufbauen. Sobald man sie einmal gedrückt hat, kommt es mit Dauerzustand sozusagen in dieser Taste. Dann muss ich jetzt ziemlich stark wieder drücken, damit es aufhört. Und hier muss das Holz auch schon wieder weg. Das Holz muss erstmal weg, bevor ich den ausbauen kann. Eigentlich auch schön, dass ich verschiedene Holz habe. Das Holz ist weg, die Kuh. Das Holz ist weg. Ich muss natürlich hier noch eine Öffnung reinmachen. Da auf zu springen. Ich muss hier noch eine Ebene aufbauen. Hallo! Ich muss hier eine Ebene noch höher bauen. Was essen wir denn? Brot. 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 Dann machst du was rein. läuft. Dann muss ich erstmal hier so was machen. So Sticks. Hier ein bisschen mal die Spitze. Jetzt habe ich erstmal eine Eindruck. Woher kommt sie weg? So ein bisschen Steine. Ich habe die Schafe leider noch nicht gesehen. Ich baue hier noch ein paar Steine ab. Also ich werde mal die Spitze hier auf die Spitze stellen. Ich baue jetzt hier alles ab. Da kommt schon Kies. Kuchen! Kuchen! Kies! 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 Kieee! Ich mache das! Das hole ich mit dem Kasten hier. Hier kann ich mir eine orchestra stellen. Wir können die Züge zerfassen. Hier! Hier! Nein! Nein! In den Ofen, wenn du zum Beispiel... Nein! Das ist nicht dein Löffel! Das ist ein Löffel! Das ist eine Löffelkohle! Das ist eine Löffelkohle! Das ist ein Löffelkohle! Ein Löffelkohle! Ahem! In vorne! Der Tank geht langsam vorbei! Achtung! Ich darf nicht weit nach vorne zu laufen! Los, geh rein! Holzkohle! Ich kann hier nämlich noch Fackeln erstellen! Ich habe damit ein Ende. Und jetzt noch... Ich darf mich wieder Fackeln! Oh! 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 Oh!